Herzlich willkommen zum Lehrvideo Bestellprozess. Zunächst einmal möchte ich der Frage nachgehen, wann überhaupt ein Bedarf für eine Bestellung entsteht. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel ein lagerloses Just-in-Time-Handelsunternehmen sein. Dann würden Sie erst Ware einkaufen müssen, wenn ein Kunde bei Ihnen Ware bestellt hat. Oder Sie verfügen über ein Lager und unterschreiten den Meldebestand. Auch dann muss neue Ware eingekauft werden. Der Meldebestand des Artikels sollte dabei so bemessen sein, dass inklusive der Lieferzeit der Sicherheitsbestand nie unterschritten wird. In beiden Fällen müssen Sie eine Bestellung bei Ihrem Lieferanten tätigen. Dies kann ein Übungsfirma sein oder die Zentralstelle der ZÜV mit Ihren Firmen Deutscher Warenhaus, Nagara oder Rhein-Ruhrwerke. Die Ermittlung der benötigten Warenmenge erfolgt also entweder über den Kundenauftrag oder über die optimale Bestellmenge. Danach sollten Sie auch noch überprüfen, ob Artikel und Kreditor angelegt sind. Navigieren Sie in der Vision zu der Rubrik Einkauf und wählen Sie Bestellabwicklung, Bestellung aus. Tragen Sie Ihren Lieferanten, Kreditoren ein. Falls Sie nicht wissen, welcher Lieferant Ihre Ware liefert, so können Sie dies in der Artikelkarte überprüfen. Überprüfen Sie das Bestelldatum und das Belegdatum. Da wir noch keine Buchung vorliegen haben, bleibt dieses Feld frei. Wenn Sie einen konkreten Liefertermin wünschen, so können Sie diesen eintragen. Eine Kreditorenrechnungsnummer liegt uns selbstverständlich noch nicht vor, jedoch natürlich Ihr Einkäufercode. Ergänzen Sie nun im Tabellenteil die Artikel, die Sie bei Ihrem Lieferanten bestellen wollen. Wenn Sie alles überprüft haben, können Sie die Bestellung über die Schaltfläche Drucken erzeugen. In der Seitenansicht können Sie die Daten nochmals überprüfen. Danach können Sie das Dokument als PDF abspeichern. Sie können nun über Ihr E-Mail-Account die PDF an den Kreditor verschicken. Alternativ können Sie auch Faxen oder den Postweg wählen. Auch die Kreditoren der ZYF können über E-Mail über Ihre Bestellung informiert werden. Erwarten können Sie die Bestellung meist innerhalb von einer Woche.